Äh, IMAGY! Und, ähm, ich hab einfach mal, äh, ein bisschen rumgeguckt hier und ich hab hier oben, oh, ganz kurz, da hat die Pixie gesehen! Ah! Und hier seine NPC-Pixie, die kann man leider nicht fangen. Und, ähm, jetzt reden wir noch mit dem Typ da, der irgendwie aussieht wie Vibe, wenn ich mal ehrlich bin. Ah, okay, hallo, Neuling! Möchtest du wissen, wie er mal einen Dämon als Freund hat? Ja! Durch Negotiation, was auch, das ist. Durch Freundlichkeit kann man das natürlich auch. Äh, you can do it by using negotiation skills like talk and freedom, okay! Okay, you can do it by talking, right? Select skills, come on. Okay. Okay, so, da ist es schon, okay, so, okay, so, okay, so, okay, so, okay, so, okay, so, demons. Also, Moment, wo warst du denn? Greet... Nicht care. Credit you to party white friend. Du bist... Tetra God. Okay. Greeting habe ich schon mal, ne, das ist schon mal fett. Counter, Dragonsweep, in a basic attack. Im Moment habe ich nur Greeting und das mache ich einfach mal auf F9. Okay. 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 Okay, die kann ich irgendwann aus eurem Groten da nicht reinmachen. Okay, also F9. Okay, gut. So, dann lasst uns diese kleine Ruhe, äh, Pause, die ich gerade von mir gegeben habe, gekonnt ignorieren und gehen zu den Pixies. Und Kodamas. Irgendein Reaktor? Was? Ah, du Penis! Aus der... Äh, äh, haut einfach ab. Unglaublich. Hallo, Pixi. Pixi, ich hab dich lieb, ich liebe dich! Auf. Auf, komm, 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 komm. Na, mach doch was! Ach, das... Ach Gott, das kostet Mana. Hm. Okay. Oh, du Sau! Das ist der Dank dafür. Der Dank dafür, dass ich dich gern haben will, ja? Das, okay, jetzt... Jetzt kriegst du es abends. Jetzt ist du mein Fräulein. Boah. Ey, du... Ey, ey, sowas kann ich mal gar nicht leiden. Da krieg ich eine Krise. Bei Killstealing hört's bei mir echt auf. Fick dich, du bist bestimmt so'n fetter Nerd, der... ...anderen Leuten, die Killstealing, du Bastard, ey. Ohne Witz. Sowas kann ich gar nicht leiden. Ey, was ist mit dir los? Okay, ich regenerier mich erstmal ein bisschen. Das ist ja spannend. Sie braucht schon ziemlich lang, bis sie sich regenerieren. Kodama, sieht auch recht strange aus. Aber das tut er mir einfach klauen. Aber warte mal, hey, das ist mein Geld. Mein Geld! Sie hat's mir zwar gekillt, aber ich krieg trotzdem das Geld. Hab ich dann auch die Experiment-Points davon gekriegt? Loot, take all, natürlich. Kann das sein, oder? Ja, Kodama, du bist hässlich. Du bist einfach hässlich. Gib's. Du musst. Pixi! 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 Hey! Pixi, komm her! Äh, Pixi! 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 Ile! Alter! Das ist los. Wow! Pixi! 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 Alter, halt Geht ihr mich hier geraten, ey, oder? Hallo, benutzt die Was ist mit Kiku das los? Ey, du gehst mir grad voll auf den Sack Was? Ach, das ist ne Leader-Pixi Ach so Ach, das macht Sinn Ich soll ja mit ihr reden Alter, warum willst du nicht reden? Alter, Walter, ne Scheißvieh Alter Kann es sein, dass du ne ziemliche Kackpixi bist? Alter, was ist denn da los? Die Li- Das sind ja nur Leader-Pixis, oder? Warum waren die jetzt auf einmal so scheiße stark? Ah, ne, ah, Leader-Pixis und Pixis Sind die Pixis vielleicht noch zu... Lost is huapu Die Leader-Pixis sind ja noch mies fies, ey Killi- Ah, toll, super Was war- was ist das jetzt? Hallo? Na, geh mal bitte an Ich finde es zwar scheiße, dass man die jetzt hier killen muss, aber... So, yeah Take it off Schön F9 Ah, da ist ne Pixi 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 Hm, was ist los Pixi? Ey, scheiß Leader-Pixi Ver- Ping Verpiss dich Ey, ohne Witz Verpiss dich Ich stell mich grad sackdämlich an, kann es sein? Warum haben die halt knarren? Ich will auch knarren Es ist irgendwie... Alter, geht mir so auf den Sack, diese Pixi Ich raff's grad... Ich raff grad gar nix Aber es ist alles awesome Es ist alles so awesome Leader-Pixi, der hat die schon Und ich will auch eine... Verdammt... Warum hassen die mich alle? Das nervt Warum kann... Warum kann ich eine irgendwo rumfliegen und sagen Hä, bist voll cool Da Dich hab ich jetzt ausgewählt Hi Pixi Sup Sup Äh, hallo? Hallo Yeah, you've been disconnected from the server Return to the title screen Ha, 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 ha Scheiß Okay, aber das ist Auch besser so, weil Ich nämlich noch keinen Fortschritt gemacht habe Und euch wahrscheinlich nur zu Tode gelangweilt habe Äh, in diesem Sinne werde ich jetzt gleich, ähm Äh, essen Und Terranigma spielen Eventuell in der Reihenfolge Vielleicht auch umgekehrt Man sieht sich Verdammt Das ist schlecht Aber mit meiner Internetverbindung Ist das auch kein Wunder Wehe die Frapsanzeige Oh, so oben links dann Mua Also, man sieht sich Ciao, ciao